Hier habe ich zwei Variablen initialisiert, jeweils mit 50 und ich benutze die, um die Positionen eines Kreises anzugeben. Und jetzt möchte ich diese Positionen mit einer Schleife so verändern, dass in jedem Frame mehrere Kreise hier gezeichnet werden. Und dafür muss ich zuerst einmal sagen, was eine Schleife ist. Es gibt im JavaScript zwei Sorten von Schleifen und ich möchte beide zeigen. Aber grundsätzlich ist eine Schleife irgendein Codeabschnitt, der mehrmals ausgeführt wird. Wir haben gelernt, dass dieser Abschnitt Draw mehrmals ausgeführt wird. Es ist aber eine Funktion und nicht eine Schleife. Und der Grund dafür, dass das immer wieder ausgeführt ist, ist für uns nicht ersichtlich. Das passiert in der Software p5.js, wird diese Funktion Draw immer wieder aufgerufen. Aber eine eigentliche Schleife, die sieht anders aus. Und ich kann das mal hier unten zeigen. Es gibt, wie gesagt, zwei Schleifen. Eine beginnt mit dem Wort while und eine beginnt mit dem Wort for. Und beide tun etwas Ähnliches. Und du kannst beides verwenden. Ich finde es noch gut, beide zu kennen. While bedeutet solange als. Und was wir hier angeben, ist eine Art Bedingung. Solange eine bestimmte Bedingung gilt, soll dieser Codeblock ausgeführt werden. Und hier in dieser Bedingung fragen wir in der Regel nach etwas. Zum Beispiel fragen wir, wie hoch ein Wert ist. Ich könnte sagen, der Wert a soll kleiner als 10 sein. Und a gibt es noch nicht. Das muss ich angeben. Also ich muss eine Variable machen, die heisst a. Und vielleicht sage ich, du bist jetzt 0. Und sobald du grösser als 10 bist oder gleich gross wie 10, soll irgendetwas passieren, nämlich aufhören. Ein Codeabschnitt soll nicht mehr ausgeführt werden. Aber solange a kleiner ist als 10, soll das immer wieder passieren. Und hier steckt eine Gefahr, wenn ich auf Auto-Refresh geklickt habe und jetzt einen Codeabschnitt hier hinten hinschreibe und a sich nie verändert, dann wird das ewig ausgeführt und dann stürzt das Browserfenster ab. Also Achtung, klicke lieber mal auf Stop. Und hier öffnen wir eine geschweifte Klammer. Die definiert einen Block, einen Abschnitt. Und das ist der Abschnitt, der wiederholt wird, solange a kleiner als 10 ist. Und wenn du den While-Loop verwendest, würde ich dir sehr ans Herz legen, immer zuerst dafür zu sorgen, dass dieses Liebe a irgendwann eben grösser als 10 wird oder was auch immer du abfragst. Du kannst auch auf 100.000 draufgehen, vielleicht wartest du dann einige Sekunden. Aber du musst dafür sorgen, dass diese Bedingung irgendwann mal nicht mehr gilt, damit das Liebe-Programm mal zu Ende ist. Also schreibe ich hier a gleich so gross wie es war, 0 plus 1. Und dann ist es im ersten Durchgang ist a gleich 0 und am Ende dieser Schleife wird a auf 1 erhöht. Und dann beim zweiten Durchgang auf 2 und dann auf 3 und auf 4 und dann irgendwann ist a gleich 10 und dann hält diese Schleife an. Hier kann ich auch noch zeigen, wie du einmal in diese Konsole selber hineinschreiben kannst. Dazu gibt es in JavaScript die Funktion console.log. Log bedeutet ins Tagebuch schreiben oder ins Logbuch schreiben und das ist diese Konsole hier unten. Beziehungsweise können wir das als Verb verstehen. Die Konsole dort hinein wird ein Logbuch-Eintrag gemacht und da schreiben wir a hinein. Jetzt haben wir einen Codeblock, der so lange ausgeführt wird, bis a nicht mehr kleiner als 10 ist. Und solange das der Fall ist, wird in die Konsole hineingeschrieben, wie gross a ist und dann wird a um 1 erhöht. Wenn ich das ausführe, dann siehst du in der Konsole die Zahlen von 0 bis 9. Also habe ich diese zwei Zeilen 15 und 16 mehrmals ausgeführt. 10 mal insgesamt. Wir beginnen bei 0 und wenn wir bei 9 sind, ist es fertig. Also hier wird, wenn wir 9 geschrieben haben, wird a neu 9 plus 1 gross. Jetzt ist es 10 und wenn wir dann wieder hier oben angelangt sind, wird geprüft, ist a kleiner als 10? Nein, 10 ist gleich gross wie 10. Also ist die Bedingung nicht mehr gegeben, das wird es noch länger wiederholen. Also das ist die Schleife mit While. Die kann ich jetzt mal versuchen zu verwenden, um diesen Kreis mehrmals zu zeichnen. Dazu schreibe ich hier oben While oder ich copy-paste das hier hinein. und wir sehen hier, können mit einer Einrückung versuchen, das zu repräsentieren, wo wir stehen. Das ist die erste, der erste Abschnitt, der aufgeht und dann, wenn ich im Abschnitt einen neuen Codeblock habe, also hier ist ein Codeblock und darin ein neuer Codeblock, dann wird in der Regel in Programmiersprachen das mit solchen Einzügen repräsentiert, die uns dabei helfen, zu sehen, auf welcher Ebene wir sind. Und diese Ellipse, die muss in diesen zweiten Codeblock hinein. So, und jetzt wird solange A kleiner als 10 ist der Kreis gezeichnet und das muss ich mitnehmen, das muss passieren, dieses A muss ich initialisieren, bevor ich den While-Loop starte. Weil A muss jedes Mal, wenn ein neues Frame gezeichnet wird, auf 0 gesetzt werden, dann werden 10 Kreise gezeichnet und dann wird das neue Frame gezeichnet und dann müssen neue 10 Kreise gezeichnet werden. Und damit das passieren kann, muss A wieder auf 0 gesetzt werden. Also dieses ganze Konstrukt hier, das gehört zusammen, das sorgt dafür, dass ich immer wieder eine neue Schleife ausführen kann. auch wenn die Draw-Funktion neu ausgeführt wird, weil wir ein neues Frame zeichnen in unserem Daumenkino. jetzt kann ich das Schreiben in die Konsole mal abschalten. Wenn ich das ausführe, sehe ich nichts, weil immer auf die gleiche Position XY gezeichnet wird. aber ich könnte zum Beispiel hier schreiben, dass ich A zu X dazu zählen will. Und wenn ich das ausführe, dann sehe ich ein bisschen etwas, nur ist der Schritt von einem Kreis zum nächsten etwas klein. Ich könnte hier sagen, dass ich A mit 10 multipliziere. Dann ist im ersten Durchgang A 0, dann ist die X-Position 50. Im zweiten Durchgang ist es 50 plus A mal 10. Im zweiten Durchgang ist A gleich 1, also ist es 60. Im zweiten Durchgang ist A gleich 2. A mal 10 gibt dann 20. Und das zu 50 gezählt, gibt 70. Und so entwickelt sich diese Position nach rechts. Und ich kann das gleiche machen für Y. Und so wird dieser Kreis von oben links nach unten rechts geschoben. Und ich könnte auch diesen Faktor, mit dem ich das multipliziere, könnte ich irgendwo festlegen. Das ist jetzt nicht so wichtig, wo das ist. Das könnte ich konstant machen. Oder Let. Das ist nicht so wichtig. Ich kann sagen F für Faktor. Und der Kreis ist 100 groß. Ich kann es ja mal auf die Hälfte des Durchmessers setzen. Und dann diese 10 mit dem F ersetzen. Und das ist dann ein bisschen groß. Aber jetzt muss ich nur noch einen Wert korrigieren und nicht diesen und diesen, sondern ich kann F etwas verkleinern. 30. Und jetzt könnten wir versuchen zu überlegen oder auszurechnen, wie wir das machen können, damit der Kreis genau unten rechts aufhört am Rand. Das sind aber nicht so produktive Überlegungen. Mir reicht jetzt das für den Moment, um zu zeigen, wie ich so etwas bauen kann. Du könntest hier noch eine zufällige Zahl, die nicht zu groß ist, dazurechnen, sodass ein bisschen eine unregelmäßige Treppe hier entsteht. Oder wir schauen uns jetzt noch den zweiten Loop an. Das ist etwas unordentlich, würde ich dir empfehlen, diese Variable, die du abfragst, für das While immer schön vor dem While zu definieren, so dass es alles beieinander ist. Also das war der While-Loop. Und jetzt gibt es noch einen zweiten, der... Ich mache zuerst hier wieder eine Ellipse rein, irgendwo hin. Der zweite Loop, den schreibst du mit for. Der Nachteil des For-Loops ist, dass er etwas länger ist. Es ist so ein Gespann aus drei Angaben, die du machen musst. Das ist etwas aufwendiger zu schreiben und etwas unübersichtlicher vielleicht am Anfang. Der Nachteil von While ist, dass du sehr schnell in die Situation kommst, dass du vergisst, eine Variable zu erhöhen und das While dann ewig ausgeführt wird. Das ist mit for weniger einfach herzustellen, in dieser Fehler. Darum ist for vielleicht etwas sicherer. Wenn wir for schreiben, kommt zuerst eine Klammer und dann ein Block in geschweiften Klammern und hier... Das ist dann der Abschnitt, der mehrmals ausgeführt wird. Die Logik von for ist aber sehr ähnlich wie die von while. Und zwar brauchen wir hier zuerst eine Variable, zum Beispiel a, wie vorhin, und die kriegt einen Wert, zum Beispiel 0. Und dann schreibe ich einen Semi-Kolon und dann muss ich eine weitere Angabe machen. Also hier gibt es drei Angaben, die ich mache und jedes Mal kommt so ein Strichpunkt dazwischen. Das erste initialisiert eine Variable. Und das zweite ist die Bedingung dafür, wann wir aufhören, eine Repetition zu machen. Und auch hier könnte ich sagen, a kleiner als 10. Solange a kleiner als 10 ist, wird das wiederholt. Und das Letzte, was ich angeben muss, ist der Schritt, den wir machen, a gleich a plus 1. Also das Erste ist, auf was schauen wir? Auf a, wie gross ist a? a ist 0. Welche Bedingung fragen wir ab? Das ist die zweite Angabe. a soll kleiner als 10 sein. Und die dritte Angabe, die wir machen, ist, was verändern wir bei jeder Durchführung dieses Loops? Wir möchten, dass a einen neuen Wert kriegt. a soll 1 höher sein, als es vorher war. Also es sind die gleichen Angaben wie im While-Loop. Auch hier kann ich a wieder in die Konsole schreiben. Du wirst sehen, dass wir den gleichen Output kriegen. Wir zählen wieder hoch von 0 auf 9. Also die Logik dieser zwei Loops, die Funktionsweise ist identisch. Beim While-Loop war es so, dass wir geschrieben haben, let a gleich 0, while a kleiner als 10. Dann kommt der Abschnitt und innerhalb des Abschnitts müssen wir eine Wertzuweisung machen. a soll jedes Mal grösser werden. Diese zwei Konstrukte sind äquivalent. Beide tun das Gleiche. Beide zählen eine bestimmte Zahl hoch. Beide können wir nutzen, um zum Beispiel mehrere Ellipsen zu zeichnen. Ich kann jetzt diesen Abschnitt ebenfalls auskommentieren, entweder indem ich überall zwei Schrägstriche vorne hin mache oder am Anfang Schrägstrich und Stern und am Ende Stern und Schrägstrich. So kann ich einen ganzen Block auskommentieren. Und das hier kann ich in die Draw-Schleife hinein kopieren und eindrücken. Sauberkeitshalber und dann diese Ellipse, die Ellipse-Funktion hier hineinschreiben. Auch hier schalte ich mal das Loggen in die Konsole aus. Und hier könnte ich mit a a verwenden, um x irgendetwas hinzuzufügen. a zählt von 0 auf 9. Jedes Mal multipliziere ich a mit 10. Und wenn ich das ausführe, dann wird das Produkt dieser Multiplikation jedes Mal zu x dazu gezählt. Das geht mir fast nicht runter, dass dieser Kreis hier angeschnitten ist und jetzt nicht. Ich probiere das noch mit 35 und dann gebe ich auf. Naja. Und das Gleiche kann ich für diesen Wert machen. Und dann kriege ich eine Diagonale. Jetzt die hohe Kunst der Verwendung solcher Loops ist, dass diese Kreise hier schachbrettförmig angeordnet werden. Also dass es zuerst nur eine Zeile gibt, ganz oben, und dann eine weitere Zeile hier unten geschrieben wird. Und noch eine und noch eine. Also dann brauchst du einen Loop, der die Zeile macht und dann brauchst du einen Loop, der die Zeile 1 runterschiebt. Das sind dann zwei verschachtelte Loops und das ist eine schöne Programmierübung, die ich dir gerne überlasse. Das ist nicht unbedingt nötig jetzt für diesen Workshop, dass wir das können. Aber diese zwei Loops, for and while, die sollst du dir mal anschauen. Ich habe vorhin erwähnt, hier in diesem JavaScript-Info-Manual für JavaScript, da gibt es ein Kapitel, while and for. Das kannst du vielleicht einmal durchlesen, um das noch einmal zu repetieren.